50 Jahre Redog. 50 Jahre Freiwillige im Einsatz mit ihren Such- und Rettungshunden. In Einsätzen, um Menschen nach Naturkatastrophen und Explosionen zu orten, im Inland und im Ausland. 50 Jahre Vermissten-Suche. Und nicht zu vergessen die professionelle Ausbildung von Rettungsteams, bestehend aus Mensch und Hund. Ich habe riesigen Respekt vor dieser Arbeit und möchte meinen grossen Dank an alle Beteiligten aussprechen und wünsche Redog zum 50-jährigen Jubiläum alles Gute.